Und herzlich willkommen zu Band Nr. 20! Vorne! Also du tust die Button-Ultimate-Linie stürmen! Mach ich weg, so! Und anmelden! Komm! Lass mich an hier! Du verletzten Leute! WTF? Vier Kämpfe! Ja, das kann doch schon dauern heute! Vier Kämpfe ich glaub so nicht! Doch du Scheiße! Obita! Mit Naguta! Mit Kakashi! Und mit Maitegai! Dann wollen wir mal sehen wie stuck die sind! Und ob wir gleich dran fliegen! Let's go! Wow! Hm! Die Puppenspieler gefallen mir nicht da unten! Aber zum Glück sind die nicht alle zusammen! Gashi räumt ihn jetzt auf! Ach du Scheiße! Das kann ja böse werden! Also ziemlich böse! Die S-Rang wird böse! Boom boom böse! Er hat das Ringan und das Sharingan! Mal gucken! Jetzt kommt das Ringan. Ach so ich erinnere mich. Wow! Woow! Ich war gar nicht zack! Ubitu ist ja schnell wie so'n Flitzy! Nein, ich tu die Flitzy! Die St好好! Wie ist er! fitz! Du mit Machak! Ich möchte Gaara gut durch. Sieht noch gut aus, sieht noch gut aus. Alter, die Bomben. Ich denke, sowieso nicht, oder? Oh, ich hab dich gekriegt. Oh, ho, ho, ich bin aber nicht voll. Doch, ich bin nicht. Wer ist das nicht? Hallo, nimm eine Losierung. Ja, da kommt noch was Besonderes. Da kommt noch was Besonderes. Na ja. Das war irgendwie... Ubito ist gut, aber nicht gut genug. Tut mir leid, das ist ausgült. Was würde ich sagen? Nicht so was ist das? Muss man sich rider cruise an. Leg ihn mit. Schaut er aus. Ja, Fourna minute. Hammer, was sehen du? Junge, bin Meer mehr so schnell. Oh nein. Nein. Das war's für heute. Dann wollen wir Sasuke, wo bist du? Der will sich nicht treffen lassen! Oh man! So Matigai, das musst du schaffen, das ist fast 5000 Punkte Die Inu, die ist ja noch ein bisschen nah an dir, aber das müsstest du schaffen Oh, da hat sogar ein Multi-Attack Tränen Boah, ist ja gut, wer ist das? Temari, mein Gott, ne Ja Schau, lass mich đi Ich kann nichts machen, ne? Tja, 8 Tore sind offen. Ich weiß nicht, warum dieses Team so viele Punkte hat. Immer diese blonden Wesen greifen immer einen wie ein Plot an. Ich weiß nicht, ob es S rangeht, ob es S rangeht oder nicht, es stand auch im Internet nix. Und die Let's Play ist genau noch nicht so weit gewesen zu dem Zeitpunkt. Alter, wir müssen die alte Dame ausschalten, die ist sehr nervig. Gut, Kakashi geht's jetzt. Ja, ich kann ja nicht erwachen, wenn die alle auf mich draufklopfen. Lasst mich in Ruhe. Warte, oh man, wir gehen mal wieder. Ja, wir haben gewonnen. Nein. Yes! Ah, der nächste kommt jetzt schon wieder in 4er-Kamm. Oh, viel lieber. Aber noch einfach, weil ich nicht mehr bewegen kann. Es geht, ich habe hier ein Blond. Ich habe hier ein Blond. - Ich habe hier es nicht so weit gesehen. Ja, ich habe hier ein Blond. Ich habe die Fluss zusammen. Oh ja, ich habe hier ein Blond. Ich habe hier ein Blond auf wie eine Fluss, wo ich das hier im Blond zu essen. Ich habe hier ein Blond. Ich habe hier ein Blond, du scheissen, dass ich gerade eine Blond, auch keine Blond oder Alkante. Das war mir, ich habe hier ein Blond. Du bist ein Blond. Nun... Das ist doch... Nun... 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 Mission Outer 2 Mission Outer 2 Das ist eine geile Stage, aber nein Ach, wir müssen mit dasselbe Team spielen Ruyaro Hokage, warum ist da zu nade drin? Das gefällt mir nicht Und da war eine Gruppe Shinjuriki Nein! Ja, ja Wo ist das, Neil? Kämpfen wir einfach gegen Han Zulu Ich glaube das ist Han Goku, kann das sein? Weiß gar nicht mehr Wettbewerb! Oh, das ist eine große Herausforderung! Das ist ein sehr guter Das ist ein sehr guter Wettbewerb Ich bin mit einer großen Wettbewerb Ich bin mit einem großen Wettbewerb Das ist ein sehr guter Wettbewerb Das ist eine sehr sehr gute Ausgabe Ah, Hund, ah, Hund. Yes. Und jetzt einfach ein... Hund. K.I. Hund. Hildoran. Hildoran! Ich habe hier eine Bedeutung. Ganz du... Ich muss gerade einmal die Bedeutung lösen. Hund, Hund, Hund... Alter! Komm ein bisschen noch! Komm ein bisschen noch! Ja, ja, ne? Boah, das gefällt mir nicht irgendwie. Das ist immer voll böse, ey! Mein Gott, ne, man! So heftig! Heftig, deftig, beftig! Heftig, deftig, ey! Wie heißt das? Baby, baby, uh! Heftig, deftig, baby, uh! Oh, okay, sie hat einen Knall, ich weiß! Das ist ein Schicksal! Alter, was geht denn hier ab? WTF? Das wствомen Sie, die, die mir zu fang innen. Deswegen wissen Sie aber nicht, oder? Das ist so richtig. Das ist ein Schicksal! Ich bin sehr großartig. Ich bin so großartig. Naikki! Naikki! Das war ein sehr starkes Schicksal, vorhin. Das ist so großartig! Wir sind mit einem sehr starken Schicksal in die Schicksal. Ich bin auf den Weg und jetzt bin ich auf die Flüge. Das ist gut, ich bin auf die Flüge. Okay, ich bin in der Flüge. Ich hab' die Flüge in der Flüge. Warum heißt die dann früher Roka? Ich weiß es nicht. Wo weiß ich das? Ich fiel die Roka dann an meinem Fuß. Oh ne, das ist Slyphan-Blasi-Typi. Ich weiß genau, dass ich stärker bin als du. Ich weiß es nicht, dass ich das gleiche machen kann. Naruto in der Aufwach-Modus. Das muss ich sehen. Oh ne, kill noch B hat er. Oh ne, das ist Slyphan-Blasi. Ich komm hier nicht weg, ne? Wann ist so schnell der Killer-Beal? Oh ne, das ist eine lustige E-Slyphan-Blasi-Typi. Oh ne, das ist so schnell der Killer-Beal. Oh ne, das ist so schnell der Killer-Beal. Okay, Ubi-Tomo ist jetzt einfach Pilot-Wans. Ich würde gerne Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi. Ich würde gerne, aber nein, geht nicht. Was? Oh, das war eine sehr witственliche E-Slyphan-Blasi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi-Shushi. Ich bin echt mal gespannt, was die da zusammen gemoxt haben. Und die ganze Seite... Oh man! Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin nicht so weit. Ich bin auch kein, oder? Das war's! Das ist mir scheißegal! Wir überspringen ja schon alles! Was ist Sacra? Weiß ich doch nicht! Sacra! Oh Mann, dieser Sprung! Ja, sie geht! Jetzt kämpfen wir gegen den Alte! Wir überspringen! Meine Freunde, überspringen! Ich glaube es gibt noch SS-Rang! Aber die machen wir nicht! Wir machen nur bis S-Rang! Das reicht mir! Es gibt noch SS-Rang! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Gut! Dann hauen wir als erstes rein! Dann halten wir das erstmal! Und dann gehen wir gemütlich auf die Phase und dann hauen wir noch mal ein bisschen mehr rein! Was gibt SS-Rang? Scheiße! Aber das kannst du ja gar nicht spielen! Nee, 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 nee! Ich habe ja mal einen Plan erzählt, so wird das auch gemacht! Puh! Wir haben noch mal einen Plan gefällt! Das war's! Wir sind noch zu tun, dass wir in ihnen zeigen, dass wir das noch zerstellen wollen! Okay, wir sind wahnsinn! Wir haben noch mal ein paar Weis! Das war's für das! Was ist das? Das ist ein Zeug. Er ist ein Zeug. Er ist ein Zeug. Oh nein, die ist gefährlich. Was ist der? Was? 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 So. Das war ein sehr vieles Kampf. Und, oh scheiße, Minato. Da ist ein Minato. Es ist wenigstens gut, wenn Minato dies. Zum Glück kein Fernangriff dabei. Tut mir leid. Sensei. Hausenskinder, Pei, Gehrle, die Hand. Set miren Sie doch. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Woh-oh, okay schlecht! Ohohoh! Ich hab doch nicht ganz mal ne Combo! Ich hab doch nicht ganz mal ne Combo! Jetzt aber! Ah, in die Tasche getroffen. Heilige Junge Sprung! Sprung. Wir haben es geschafft. Gut. Dann haben wir jetzt Kakashi. Kakashi muss man nochmal Gas geben. Da ist Madara. Da ist Madara. Holy Motherfucking Shit, da ist Madara. Hab ich gar nicht gesehen. Holy Motherfucking Shit, der mächtigste Ninja, den es gibt. Ich treffe immer nur die Akasuki's noch. Na komm schon. Was ist das Schaffeln, Leute? Was ist das Schaffeln, Leute? Der Schaffeln ist noch ein Schaffeln, aber es ist eine面er Ange. Ah nein? Der Fluss ist weg von mir. Du Monster. Na gut. Ich schaffe mich. 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 Okay. Ich schaffe mich. Das ist ein Wettbewerb! Ich möchte noch ein bisschen aufräumen Wir haben aber größtenteil das Vierfache Das ist der Schütte Wir haben nicht gewonnen Wir haben keine Mission zu führen Ich weiß nicht, dass die Jendl auch nicht sind Das sind uns eine die Namenssätze Manche in Wettbewerb Wir, auch noch genau zu sein Ich bin ein Nein Oh nein, das war's in God. Hast du das gemacht? Das ist der Grund. Nato? Oder? Okay. Es war eine große Herausforderung. Ja, dann lieber springen. Entschuldigung. Entschuldigung, bitte待って. Was ist das? Was ist das? Ich habe mich von der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung. Das heißt... Was ist das? Ja, dass ich einen Anruf zusammengt habe. Somit ist das Bewerbung, das Hearthspiel der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung. Das ist das Niengäude. Dass dieses Bewerb Channel war der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung, und der Verwaltung von Verwaltung herabletz hat den Missbrauch des Verwaltung. Das ist der letzte Schritt. Das ist der letzte Schritt. Es ist ein ganzes Ziel, aber jetzt ist es nicht so, dass wir die Wahl nicht so freuen. Es ist sicher nicht so, dass es eine gewisse Krieg ist. Es ist noch nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so ist. Aber wir müssen jetzt hier. Der Hauptsache der Hauptsache ist, das ist der Hauptsache. Der nächste Punkt ist, der der die größte. Wir sehen uns im Spiel. Wir sehen uns im Spiel. Ja. So, jetzt... Ohto. So, jetzt... Dann... Ich glaube, du schaffst das. Jetzt ist es soweit. Der finale Kampf beginnt. Sei vorsichtig, möge das Kampfglück mit dir sein. Alles klar, Meister. Dann wollen wir mal. Wenn Obito nicht zicken würde. Ich will da nicht raus, Mann. Ich will nur die Welt feststellen. 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 Das ist das Richtige. Und das Richtige. Das Richtige ist der Fall. 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 Und da fängt es an. Ubito vernichtet alle. Und dann sind die Stärksten vernichtet. Und dann geht's los. So wird he half Mundauge. Bröt Mundauge. Ne, der ist ja gut geworden. Der Ubito. Oh, das war jetzt noch Spannung. Der Volumen Der Volumen Der Volumen Der Volumen Der Volumen Oh Gott Der Volumen Und jetzt ist das Der Volumen Sie alle betroffen Außer Kakashi glaube ich oh Gott da muss man sich ja voll konzentriert Und das war ja Naruto noch so mächtig Oh nein Mann geil, verpiss dich Kakaashi hat gewonnen Ich möchte Revanche Und ich möchte Sensei Gai weg haben Er ist voll die schwule Sau Der hat mir einen Popo reingepackt Da hab ich auch mal 800 Kugeln verloren Mit seiner bischigen Augenbraune Der Rot hat überhaupt keine Augenbraune Kakaashi hat nur ein Ockel Stattel Kakaashi 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 Das ist ein wunderbarer Angelegenheit! Da muss man doch wieder einen Ausstieg kriegen! Je weniger sie da sind, desto weniger gehen sie auf den Saft! Es ist eine große Herausforderung! Ja, aber ich glaube, dass es noch eine Möglichkeit gibt. Halt! Naruto ist fast weg! Naruto ist fast weg! Arschloch! fluor! Du dummes Arschloch. Ich habe gewonnen, außer du packst noch etwas aus deiner Tricks Kiste. Ja, ja, da fehlen die Zeitpunkte. Ich habe eine Bedeutung. Das ist eine Bedeutung. Ich nehme eine Steine. Das ist eine Bedeutung. Timono! WTF? Ich bin dran, ich bin ein Kick. So. Ich hab irgendwie einen neuen Schwänz irgendwo freigeschaut. Irgendwas. Es ist Range, ihr Schaft. Ich würde mal sagen, das war... Das Grundturnier. Das werden wir nicht mal anreißen. Wir werden gleich ein Messer der Route anreißen im nächsten Part. Und es fliegt ein paar Parts an. Und ja, ich freue mich drauf. Da muss ich wahrscheinlich so viel lesen. Weil da... Irgendwie nix... Nix geht. Nix geht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja.